Oh Gott, was ist los? Woher kommt der Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie bessern, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Ah, you're killing me, man. Hören Sie den Beschuss nicht? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. There's a lot of people. You know, I wouldn't change nothing. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Steckern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe von Führung zur Fahrt aufringen. Das ist unerhört, unerhört. Der Russe steht zwölf Kilometer vom Steckern. Und ich erfahre das heutzutage auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!